Das Hotel und Gasthaus zur Linde in Freital ist ein beliebter Ort gepflegter Gastlichkeit. Auch dieses Haus darf seit November 2020 keine Gäste bewirten, jedenfalls nicht in den Gasträumen. Nur Essen to go, also das fertige Essen in der Gaststätte abholen, ist möglich. Lindenwirt Frank Liemann ist jetzt noch einen anderen Weg gegangen, um das Essen to go etwas aufzuwerten und für den Gast komfortabler zu gestalten. Also ich bin kürzlich durch Freital gefahren und sah an einem Dönerstand, Dönergeschäft, Leute draußen stehen und haben sich dort was zu essen gekauft. To go ist ja erlaubt. Und dann sah ich, wie einer im Auto saß und den Döner dort verspeiste und das kleckerte auf die Hosen. Da dachte ich, da muss es doch eine andere Lösung geben. Und meine Tochter, ganz pfiffig wie sie ist, hat die Lösung gefunden, hat befreundete Autohäuser angesprochen. Einmal das Autoreparaturwerk in Dresden-Koschitz Richtung Kleinahendorf und Wohnmobile.de. Die haben uns kostenfrei die Wohnmobile zur Verfügung gestellt. Und für sie ist das wie eine Art Messe. Sie vermieten ja ihre Wohnmobile und versuchen da an Kunden, an Interessenten ranzukommen. Und wir nutzen die Wohnmobile, um im Rahmen natürlich der Hygienevorschriften den Leuten hier zu ermöglichen, bei uns Essen zu kaufen, to go also, und dann hier direkt im Wohnmobil zu verzehren. Sitzen hier warm, haben es gemütlich. Verweildauer ist eingeschränkt, selbstverständlich, denn wir müssen und wollen auch natürlich nach jedem Besuch, nach jedem Gast desinfizieren, sauber machen und uns auf den Nächsten freuen. Ja, Ostern, mit dem Wetter, wie man es erleben muss, mit Schnee und Regen und Wind und Sturm, alles Mögliche, war natürlich der Willkommen ein Anlass, hier das Essen zu reichen, also zum Mitnehmen, to go. Und das hat sich sehr schnell bekannt gemacht, durch Internet, durch die Tagespresse. Wir haben viel Anrufe bekommen, wir haben von Leuten Bestellungen bekommen, die die Linde bisher noch gar nicht kannten, also weit gestreut. Was ebenfalls wieder eine Gewinnsituation ist, dadurch hat sich der Gästekreis wieder erweitert. Also die sieben Wohnmobile bleiben jetzt bis zum 12. noch stehen, dann werden die Ersten wieder freigegeben zur Vermietung, beziehungsweise sind Nachfragen für Vermietung da. Die anderen bleiben so lange stehen, wie sie nicht unbedingt gebraucht werden. Allerhöchstens aber bis Ende April, sollte sich dann noch was ändern, können Sie jederzeit in der Linde anrufen, ob die Möglichkeit weiter besteht oder vielleicht haben wir das Restaurant schon wieder offen. Das werden wir sehen. Eine tolle Idee und Frank Liemann lädt gern auch Gäste mit eigenem Wohnmobil ein, um das Essen to go im Wohnmobil auszuprobieren. Ein Stellplatz ist meist zu finden. Die Speisekarte bietet saisonale Gerichte und Linden-Klassiker gleichermaßen. Also to go ist natürlich eine kleinere Karte als sonst üblich bei uns, aber es ist eigentlich von jedem was dabei, wie ich immer so sage, Pflege, Fisch, Fleisch, Geflügel, natürlich auch Vegetarisches, das steht nicht immer in der Karte drauf. Da wir aber immer Gemüse da haben, lässt sich ein vegetarisches Essen auch nach Wünschen zusammenstellen und auch relativ schnell. Der Deutsche braucht sein Schnitzel, das ist natürlich immer mit dabei. Und dann wechseln wir auch ein bisschen saisonal. Wir warten jetzt schon ein bisschen mehr Sonne und auf die Spargelzeit. Dann natürlich auch Spargel zum Mitnehmen. Wir warten jetzt noch ein bisschen.